Rot ist stärker als blau. Nein, ich auch nicht. Ich bin der Stoff. Ich bin der Stoff. Wir brauchen mal die Ozen. Aber hier über der Augenklappe, dass hier irgendwie so eine Nadel ist, wäre doch auch... Ja, ne? Wir machen gleich noch eine. Der hat ja genommen. Wie soll diese sein? Hier ist so eine. So eine Schläge, ne? Ja. Wie wird denn euer Piraten schicken? Ja. Gut, sagt schon. Du Mädels, ich glaube nicht. Und Jungs. Ja, die sind Jungen. Ja, ich kann mich schlecht erkennen mit der Karnung. Ja, das könnte jeder drin bestehen. Ja, das ist schön. Und den Haar. Ohne Nasenblumen noch. Ohne Nasenblumen noch. Ohne Nasenblumen noch. Ohne Nasenblumen auch, ne? Ja, richtig viel. Macht richtig viel. Richtig viel. Ja, lecker. Oh, boah. Da ein bisschen noch reinstehen. So, ne? Blutgenasenblumen. Das läuft noch weiter runter. Und hier vielleicht noch ein kleines bisschen, dass es da auch ein bisschen überschwappt. Na so. Da war ein bisschen blutige Zähne noch. Hier noch hier so ein bisschen. Ah, das wird schon bluten. Das ist ja. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.